Ein ganz besonderer Daleks, sowas hat man hier noch nicht gesehen. Wie kam es auch mit dir? Also ich habe immer die Kleider gesehen, wo alle es so aufgemalt haben. Den Innenraum des Daleks und dann war es so, nein, das willst du nicht. Dann habe ich mich mit Leuten zusammengesetzt, die Dr. Wu nicht kennen, die Daleks nicht kennen. Und dann haben wir alle zusammen diese Ideen vor. Und dann habe ich mich als Nähen gemacht. Und du bist auch beim Costume-Contest dabei, gleich? Leider nein. Da hat sich das Costume noch nicht geplant. Das ist kurz vor der Frankfurter Buchmesser entstanden.